Hallo meine lieben Freunde der Nacht und herzlich Willkommen hier zu einer neuen Folge von Anno 2205 so was haben wir denn heute vor als die Handelsrücken gucken wie fehlt mir ein Pfeil der ist da der ist da ok der ist der Musik angezeigt worden was haben wir eigentlich haben wir irgendwas das wir nicht mehr brauchen nur noch mal so nachvollzogen wir können alles so wie es ist und ich sag mal wir schließen das gehen mal ganz kurz auf unsere Hauptinsel da sind auch verbleiben drei Minuten na das ist erstmal egal kümmern wir uns in der nächsten Folge drum wenn denn der Lalaweig nicht mehr fertig ist und man kann glaube ich schon sagen bevor ich jetzt hier drauf klicke in der nächsten Woche wird es etwas neues hier zu sehen geben und zwar wird hier unten irgendwo ich vermute mal hier eine neue Zonenkarte auftauchen denn es ist ja schon im Dezember angekündigt worden eigentlich so hier wollte ich eigentlich nur das da ausschalten denn es kommt Intelliware ok wir müssen noch ganz kurz mit der Intelliware arbeiten und mit den die Bau hier ja gar nicht ne ja gut da ignorieren wir das und sagen trotzdem mehr Leute dürfen nicht einziehen nach bestimmten Verbrauchsgütern lassen das erstmal und gehen jetzt rüber wir machen mit Waffen umgehen könntest du das vielleicht für mich erledigen nee wir machen mal hier unten genau wir machen mal eine neue Mission nachdem der letztens gescheitert ist weil er plötzlich die Bilanz so im Keller war machen wir heute mal eine Mission sprich der Timer ist auch egal eine Mission eine Folge ja ja die haben wir schon mal gemacht genau und genau die neue Map und zwar hat ja Egos sag ich schon Ubisoft beziehungsweise die Entwickler von Anno also auch Blue Byte Mainz ähm angekündigt dass sie im Januar eine neue Map rausbringen Namen habe ich jetzt voll vergessen ähm das tolle an der neuen Map ist dass sie für jeden kostenlos zu haben ist also vollkommen egal ob ihr Inhaber des Season Passes seid oder nicht ähm ihr kriegt diese Map auf jeden Fall und zwar kostenfrei es ist halt wie gesagt gewiss diese Zone es ist äh angeblich die größte Map die es in der Anno Geschichte gab und wenn wir uns recht erinnern als das Spiel raus kam war dieselbe Rede mit diesen Worten die größte Map die es in der Geschichte von Anno gab die wo wir gerade unser Hauptstadt drauf bauen und ich bin gespannt da gibt's Kaffee so was müssen wir machen ich habe ja auch gar nicht durchgelesen liefern sie sieben Treibstoffe ab okay liefern sie in EMP ab okay benutzen sie regiertensperrefe fünfmal okay das kriegen wir hin also diese Aussagen haben wir ja schon mal gehört mit von wegen die größte Map ever es ist mag durchaus sein dass das wirklich so ist wir werden es dann sehen wenn es wenn es draußen wenn sie raus kommt die Map mal gucken ob sich da irgendwas was sich da vom Preis her tut wo die denn liegt das ist das worauf ich auf jeden Fall gespannt bin einmal eine Reparatur bitte auf alle so das ist das was 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 mich am meisten dann äh 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 noch sich die Frage stellt was wird der Spaß oder wie groß ist sie wirklich weil ja das versprechen dass es die größte Map ist ob das gehalten wird das ist halt meine Frage ich weiß es nicht ich hoffe es mal wir werden es sehen die Map werden wir dann aber so die ersten meckern schon rum weil äh da sie vielleicht doch nicht so groß ist weil sie doch sehr stark mit einem Gebirge bebaut ist das äh werden wir mal sehen ich bin aber über auf das Sektorenprojekt gespannt auf dieser Map muss ich sagen weil weil da ist nämlich darauf zu erkennen auf einem auf dem Bild auf dem Screenshot haben auch schon Leute angesprochen dass da wohl der alte Flugzeugträger von Trenchcoat zu sehen ist aus anno 2070 da gab es ja so einen Schwarzmarkthändler die Trenchcoat für die die es nicht wissen da gab es eine schwarze einhellige Trenchcoat der ist immer auf dem umgebauten riesigen Flugzeugträger durch die Gegend geschippert kam dann halt hin und wieder auf die Map gefahren und hat dann äh seine Sachen angeboten und da ist halt die Frage was hat das also ob das A wirklich sein Flugzeugträger ist oder nur irgendeiner und dann ist natürlich die Frage was hat vielleicht das Sektorenprojekt damit irgendwas zu tun wäre egal also nach dem Motto ja Sektorenprojekt ist wenn du das Ding baust oder reparierst hast du hier im Flugzeugträger in den Kampfmission zur Verfügung das wäre geil wir machen jetzt fast nicht so viele Kampfmissionen aber ein paar werden wir schon machen müssen da kommen wir nun mal nicht drum rum allein schon wegen der Erfolge und Anno ist nun mal leider ein Spiel wo ich sage ja die Erfolge sind vielleicht doch Risiko so ganz unwichtig es wäre schon lustig wenn wir äh äh dann doch ein paar haben könnten nein wir verlassen die Mission nicht und da sollen wir erstmal sieben Treibstoff abnehmen also zwei vier sechs warum liefern wir die eigentlich nicht ab den Treibstoff warum mache ich doof das nicht und im Februar wenn denn die Gerüche stimmen soll dann der DLC endlich also ich habe mir ja den Season Pass geholt und zwar letzte Woche ja letzte Woche und ähm Chiro meinte noch also Chiro die ganzen Infos vorab gegeben ich habe es jetzt gerade noch mal im Forum ein bisschen nachgelesen das was ich auf die Stelle gefunden habe zwischen den Folgen und der Stadt auf jeden Fall im Januar kommt die neue Map gut toll freue ich mich ähm und Chiro meinte noch im Februar soll wohl das Tundra-Gebiet kommen also das erste DLC-Gebiet da bin ich mal drauf gespannt ob das Tundra-Gebiet das ist das interessiert mich noch viel mehr als äh die Sachen mit Trashcode also als das kostenfreier ähm ja ihr könnt hier aber da bleiben gerne genau die packen wir noch dazu und dann mal hoffen dass wir den Klatschen mal da rein so jetzt ne weil der DLC mit Tundra ist auch schon so da freue ich mich richtig drauf soll wohl A natürlich ein natürlich eine Insel sein aber recht weitläufig soll keine Insel sein darum geht es vorher das ist halt mehr sowas wie die Mond Dinge nur eben dass wir nicht das Problem dass wir da kein als als fahrbaren Untersatz nicht den nicht 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 ein Buggy haben also kein Auto haben auch kein Schiff weil da wohl gar kein Wasser gibt wenn ich das ist richtig im Kopf habe sondern ein Flugzeug das ist ja mal was was ganz was neu ist vielleicht muss eine Kleinigkeit aber interessant da was ist das Sektorenprojekt das macht das ganz natürlich wieder interessant also für mich zumindest macht es das Sektorenprojekt ist es ist das Sektorenprojekt wieder interessant im Gange was da mit Tundra soll ja auch komplett neue Waren kommen dementsprechend auch neue Warenketten denn glaube ich schon mal fast dass deswegen das kostenlose die kostenlose Map die kommt uns schon mal ein bisschen vorbereiten soll volle Kraft voraus auf das kommende DLC wow das war ein bisschen sehr viel Schaden mit dem DLC können wir ja wieder neue Gebäude bauen vielleicht die Produktion ein bisschen vielleicht ein bisschen mehr in Überproduktion gehen grünes Licht das wäre vielleicht noch was was man vielleicht dann sagen kann okay man nimmt die diese Map ich weiß nicht wie sie ob sie optisch jetzt so schön viel schöner ist aber das dann vielleicht äh guck mal was haben wir hier da sollen wir abliefern ein EMP wir sollen fünfmal die Raketen verwenden ja ok Raketen kriegen wir hin wir sind unterwegs oder Nummer drei Nummer drei ja jetzt macht nochmal aus die Olle Mission Koordinaten bestätigt da kann man nichts kaputt machen das haben wir noch ein das ist die Petrochemie ist jetzt nicht ganz so wichtig wichtiger werfen für sie das das Magnetid und Iridium wir fahren mal hier lang ist hier noch irgendwas großes nö vielleicht kommen auch mit dem mit der neuen map auch mal neue kampf ist das wäre mal interessant weil aktuell sind die ja für viele spieler mich inklusive er so was stiefmütterliches ja sie sind zwar star aber man macht sie halt nicht einfach nicht muss weil es ehrlich geht es außer zu aller allerersten ist man nicht gezwungen gefühlt dass man da irgendwas dran macht an diesen kampfmissionen mp haben wir nicht zack zack mp verwenden wir mal nicht weil die müssen wir abliefern so ein bisschen benzin treibstoff heißt es ja ich glaube das heißt im englischen über so energie zählen zack noch mal so gut da weg so dass du da ja die man da weg als gewinnig ist da oben das ist ja schon ein bisschen nervig das gebäude da danke jetzt bist du eigentlich mal weg so einmal hoch reparieren es gibt das gebäude die werfe gibt nix finde ich jetzt nicht so toll wf könnt ihr pfingstens ein bisschen die video abwerfen ja gemagetit ja ok ari video sehr schön da ist was wir brauchen koordinaten bestätigt so dann müssen wir hin wir werden angegriffen so mal sind terror machen wir im sinne von ärgern und travel und positiv so da kommt man hier lang macht ihr mal kaputt was liegt hier noch so rum so klein kram ist in petrochemie grafen magnetiten aber auf jeden fall mit mp granatenschlag raketenschlag den wir auch noch mit einmal reparieren da auch die petrochemie brauchen wir uns was nicht aber was verharm haben wir ich komme ja nicht mehr dazu auf der arktis mit das zeug einzusammeln also da kriegen wir der petrochemie hinterher geworfen durch die durch die bohr inseln aber wozu denn hin da rammt er mich einfach wo gibt es so weit das ja mein frech ne so gehen wir weg da machen wir das magnetitel kaputt weil den hätten wir schon brauchen gut auch mal weg das kann auch mal weg so dann noch einmal hoch reparieren dann machen wir dieses magnetitel lager weg zack 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 der magnetitel auf war für die ganzen module auf dem mond petrochemie für die module auf oder in der arktis im gange das nehmen wir noch mit wo müssen wir dich jetzt abgeben da drinnen dann geben wir das mal ab und der ja nie ist klar weil da ist ja flachwasser plötzlich oder warum muss ich jetzt nicht verstehen so grafen haben wir auch schon recht viel danke da gibt es wieder ein bisschen iridium für auf die reihe auf die reihe was brauchen wir auch nicht macht das mal weg das können wir auch noch weg machen sagt die bilanzen die bilanz läuft noch ist alles noch stabil nicht dass sich da noch irgendwas tut und wir denn da sitzen bereit für einsatz weil die plötzlich ein keiner gegangen ist oder so zurück in die steinzeit welcher erfolg ist das was ich habe keine ahnung was dieser erfolg sagt also wir haben auf sich zu wehren und tschüss was ist das auch petrochemie da gibt es zweimal emp dann können wir hier mal so dings drauf werfen wir werden beschossen so du kannst du auch mal weg das kann man nicht kaputt machen das ist noch mal magnetiert das ist sehr schön ich würde gerne mal was reparieren so mach mal weg ja dann zerstört das da mal dass ich ein neues schiff verliere haben wir schon einen verloren siehst du welchen unterschied haben leider ein schiff verloren noch ein auftrag du hast die logischen schritte getan zack zack passt passt auch elite spart spart was du ne das ist ein spart veteran 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 spart 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 aber warum bist du spart und du nicht spart du bist du blizzard warum auch immer mission beendet und damit sind wir dann auch schon am ende dieser folge angekommen ich sage vielen dank für zu sehen und wir sehen uns dann am freitag ne heute ist freitag am samstag also morgen in der nächsten folge wieder also bis dann ciao 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 ciao